Ready, set, and begin! Die Treppe ist nicht wertvoll, sondern es ist eine Wertetreppe. Wir haben das jetzt mal aufgeschlüsselt, wegen wir alles so gefragt haben. Ich bin mir fast sicher, wir haben sogar noch mehr gefragt. Wenn man diese Frage liest und die Frage hochklappt, steht da mal eine kruzentuale Zahl hinter, was so die Kinder, wie viele Kinder von diesen Befragten denn das machen? Ja, das ist so. Ich bin mir schon mal auf der Seite. Ich bin mir schon mal auf der Seite. Ich bin mir schon mal auf der Seite. Die Wertesäune ist dadurch entstanden, dass man einfach darstellen wollte, was so das ganze Jahr über entstanden ist im Raum, in unserem Projekt Werte und man sieht hier halt eben die einzelnen Etappen, die so entstanden sind, beziehungsweise auch welche Werte den Kindern und Jugendlichen hier in der Region wichtig waren. Volle Action und Lachen!